Ich übersetze diese zweidimensionale Vorlage in ein dreidimensionales Konstrukt und das gelingt mir, wie in diesem Fall, indem ich die Flächen räumlich zueinander anordne, um es dann wieder mit dem perspektivischen Kamerabild in Eingang zu bringen. Das heißt, ich muss meine Flächen vor der Kamera schon perspektivisch verzerrt bauen, um dieses Kamerabild zu erreichen, das ich nachher will. Ich kann auch nur einen Kamerastandpunkt einnehmen, um das Bild zu haben, das ich mir vorgenommen habe. Sobald ich den Kamerastandpunkt verlasse, entsteht ein neues Bild, das mich so auch nicht mehr interessiert. Ich hatte so ein großes Konvolut an Bildern, also zum einen historische Bilder aus den 20er, 30er Jahren, dann aber auch Reproduktionen von anderen Fotografen, also zeitgenössische Fotografien, die aber alle die Gebäude des russischen Konstruktivismus abbilden. Ich bin dann so gezielt auf die Suche gegangen nach diesen bestimmten Gebäuden da vor Ort, habe relativ systematisch da fotografiert, hatte dann dieses Archiv für mich, also wo ich einfach vor Ort mal gewesen sein wollte oder wo ich auch meine Fotografien mit den vorhandenen Bildern abgleichen wollte. Und erst später, als ich dann wieder in Düsseldorf war, stellte sich für mich die Frage, was fange ich mit diesem Material überhaupt an oder wie kann ich das künstlerisch umsetzen. in Düsseldorf ... Vielen Dank.